Okay, was geht ab? Good morning, es ist 7.30 Uhr hier auf dem Week at SoulFM Und ich hab hier nen heißen Track für nen heißen Tag Max wäre schön, dass du wieder da bist, würde? Geh doch mit deiner Freundin ins Theater Du bist wunderschön sexy, doch benimmst dich wie mein Vater Du bist hart mit Schwein und mir zeigen, wer der Boss ist Wie wenn du deine Tage hast, mal hundert und das doppelt Treff meine Ex, küss ihn rechts, küss ihn links Du kippst dir Sekt ins Gesicht, ein bisschen rechts, ein bisschen links Und jedes zweite Glas geht hoch, du bist hart mit Schwein Doch ich sag, es war der Hund, Mann Mädchen, mach dich locker Sitzt auf deinem Stock im Marsch wie auf nem Hocker Seh nur ein Loch da, wo dein Kopf mal war Schmeißt mir den Tellern nach mir aus Langeweile Schmeißt ne Scheibe ein, schneidest dich und stellst dich dann als Opfer da Voll auf Salat gegen den Speck auf deinen Rippen Doch klaust Reste von meinem Teller und die Hälfte meiner Fritten Du bist hart, du willst Schwein, Tag ein, Tag aus Doch alles, was du sagst, geht bla rein, bla raus Du bist hart, du willst Schwein, du bist hart, du bist hart, du bist hart, du bist schwein Das Mensa-Essen, sehr gut, um abzunehmen Samstag, krass, allein mit Eltern zu Ikea gehen Für Sommer gesehen, durch Fenster von Bibliotheken Anstatt zu leben, wie in der Stadt daneben Trotzdem nix verstehen Sex im WG-Zimmer Nach Erstsemester-Partys, irgendwas Habt ihr dann? Trotzdem nixớ zusammen mit mir aus Langeweile Das ist wirklich nicht in die Geschichte, irgendwas nach Im WG-Zimmer In der Stadt, neben mir, gehts nicht in die Geschichte, irgendwas Untertitelung des ZDF, 2020